Auch will ich eigentlich machen. Und danach hält man schöne Konferenzen mit Berwick am meisten aus. Das wollen wir nicht. Oder suchen wir jetzt mal unsere... Und hier ist er noch? Ist das hier schon? Nein. Ah, jetzt sind wir im Dschungel natürlich die Vorausung suchen. Ja. Und das kurz vor Nacht an der Weste noch. Und noch so eine Orientierung sehen wie eine Kokussis. Aber... Aua, aua, aua. Ich muss jetzt... Träuch'n wir hier für zwei. Eckstein, Eckstein, Eckstein... Kann doch was versteckt sein. Späß... Na. Ja. Sag nicht, dass jetzt hier irgendwo eine Spinde ist. Wie ist das in meinem Haus? Das wär... Boah. 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 Ich mag das nicht. Oh ja, wo so was. Oh, das ist doch schön. da draußen ist natürlich eine gute sache wo wir fischen können so das ist ja holzkohle dann machen wir mal hier, nehmen wir die mal hier raus, hier machen wir mal zwei, drei stück so, machen wir viel so, Ton und Holz hier unten rein, zwei Lykolsorten, das hier, das hier, das hier, ich glaube eigentlich den, noch in den Ofen, und noch in den Ofen uns basteln Zeit, wo das da brennt, können wir uns hier noch was machen so, ein Stück rein so, da haben wir einen kurzen Moment, bis die drei Schweine haxen, aber da können wir einen Moment, da haben wir noch Platz das Holz hier noch sortieren hier ein bisschen so, die hier rein, die bauen leicht, das hier kann auch raus so so jetzt haben die hier rein, dann haben wir auch wieder geraten so, wenn wir auf dem Vorrat tun wir hier einen Teil hier rein, zwei hier mitnehmen dann kommen wir nach unserem Glas ob ich jetzt eine Spinne, hier müsste eigentlich eine Höhle, Spawner nach vorne oder einfach nur google-like eine Spinne die man bauen muss die die So, jetzt müssen wir in die Grafikstellung einstellen, hier müsste eine kleine Einstellung sein. Quality, Fast, Fancy. Ego gab so eine Einschleingänge, das ist, dass das Glas nämlich verbunden aussieht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, hab mich jetzt nicht so rein hier drin, nicht so direkt informiert. Viele sagten, komm, mach die Optifine rein, das sieht schon gut aus. Weil ich ab und zu auch ein bisschen Server tätig bin. Zwei Anteile hier drin ist. Und dann natürlich auch Vorschläge bekomme. Wieder hin, das wird sich weiterentwickelt. Die Brennen sind noch völlig hin, machen wir zwei Stück rein. Dann haben wir das Glas noch, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Da sind wir auch wieder ein bisschen, von der Seite zumindest, geschützt. Oh, ein Ozelot. Ein Ozelot, ein Ozelot. So, ich glaube, ich lasse das mal jetzt um. Kommt ja auch noch eine Kehfspinne, wenn du... Dann haben wir noch das hier, dann machen wir uns hier noch... Ich glaube, hier einfach so mal die Reihe benutzen. Sugarcans hier dran und... Arbeiten. Das Glaschen. So, da ist da ganz einfach welchen Bild werde ich hier. Gehen mal so lang. Ich habe mich an der Handel. Ich habe mich an der Handel. Damit wir auch ein bisschen Höhle nach Frischung holen können. Um auch besser zu rücken. Quatsch. Ich bin jetzt endlich in der Handel. Damit ich meine Handel basteln kann. Und wir auch... Was denn... Die Gesichtslage bekommen. Für unsere Kauleisten. Ja, zu Minecraft noch. Und meinen Videos. Ich werde, wie gesagt, auch die Videos laufen lassen. Sprich, ich werde auch kein Tschüss oder bis zum nächsten Mal sagen. Nur, wenn es sich wirklich lohnt. Und sich anbietet an den Stellen. Das zu sagen. Um wirklich einen Abschluss dazu zu bringen. Weil sonst sagt man immer hier... Wie viel das zu lagen. Ist ein Nennen natürlich ein Name. Ja, hier ist bla bla bla. Abonniert mich. Gib mir Dorm hoch. Kommentiert. Favorisiert und so. Ich bin halt irgendwie sowas. Jeder hat seine eigene Meinung. Und man muss nicht halt dafür zu werben. Sondern... Man muss sich die eigene Meinung geben. Geflittener Kanal. Oder nicht. Und so durch kann man es nur... Halt. Jemanden dazu. Ja, animieren. Naja. Animieren nicht. Sondern sich sein eigenes Bild über den Spieler. Aufnehmer oder YouTubern. Ein schönes Wort dafür. Ein eigenes Bild für YouTubern. Ein zu bringen. Und sagen. Mir gefällt der oder nicht. Mir gefällt der oder nicht. Weil es gibt ja auch diese Hater hier. Das ist... Ich weiß nicht was die sich davon versprechen. Mehr Abos. Oder... Viele Leute die dazu sind. Ja, dann lass die Gruppen doch dafür bestehen. Es gibt ja auch in... Richtigem Leben viele Gruppen. Sprich die... Ja... Emos oder... Die halt Hip-Hopper. Braver. Die sind ja alle unter sich. Und so. Wir wollen uns auch bleiben. Wir sind hier wie wir. Hier einen Spaß haben. Videos aufzunehmen. So sind das hier Hater. Die einfach nur... Ein kleines Gruppchen sind. Um Leute... Zu nerven. Naja... Um ihre Werk zu tätigen. Wenn sie Hater sind. Viele machen das. Einfach die sind nach Hater. Und Haken einfach. Geben Daumen runter. Und meinen dann ja... Ich hab wieder einen guten Tag geschafft am Tag. Ja... Mensch... Lass sie doch. Da haben sie wenigstens irgendetwas mit sich beschäftigen können. Kann sich da auch hinweg... Ich sehe das ja bei vielen. Und beschweren sich über eine Video mit einem Video. Warum macht die das? Kommitieren das dann auch noch wieder zurück? Warum sollen wir das dann zurückdrucken mit denen? Da kommt immer mehr Beitrag dagegen. Und so muss es eigentlich sein. Oh... Haben wir noch eine Schlitzsäcke hier unten? Ja... Vorbereitet. Jetzt gucken wir mal eben mit der schönen F3-Tasse. Jetzt geht die First mal kurz runter. Oh... Oh... 0,63. Da haben sie ja ziemlich hoch auf den Berg. Anstrich. Berg. Das Spawnteil ist jetzt schon ziemlich hoch. Oh... Ja... Zombie ist ja gut. Das hätte so harmlos. Brrrr... Mal gucken... Jetzt ist einfach... Ein wenig spät schon. Wie zieht es draus noch was? So langsam her, richtig mit der Fürstigung, weil da wird es schon wieder dunkel. Kann man dich jetzt gerade nicht erkennen. Du musst sie mir eigentlich später Zeitpunkt ummachen.